Hallo zusammen und herzlich willkommen im nächsten Game Video Und zwar mit der Laufner Infiltrator Mal sehen, welches Level ich als nächstes präsentiere Na, ich nehme dieses hier Den Schlorikerohr Ah, hier drin ist die Munition, die kann ich nehmen Haha, der hat mich nicht gesehen, ich glaube es nicht Alter Jetzt ist er tot Das war der Basuga Hoppaleid, habe ich ihn geärgert Ah ja, hier ist das Tankgebot Da sind die Gegner versteckt Ah, hier ist die Gesunde, die kann ich nehmen Jetzt bin ich gesund Ach, man hat mich gesehen, manchmal seht er mich nicht Und da oben ist noch einer Hm, ich nehme den Basuga Ups, dieser Frösser geflogen Ja, ich habe noch ein bisschen tolle Code 45 Und da oben sind noch zwei Gegner Ich schleiche mich ran Und sehe die mich nicht Wow, die haben Heda gesagt, beide Ah ja, und das ist ein Geheimdokument Die nehme ich Da ist noch ein Gegner Hier noch zwei Oh nein, ich bin ein Spion Fuck Ah ja, hier ist das MG 42 Das benutze ich noch selten Hey, danke für die Munizierung, Mann Oh nein Oops Und da verstecken sich mal die Gegner. Daneben, daneben. Danke. Da bin ich nicht. Was geht ab? Vollidiot. Der ist so dumm. Hier, da vorne ist noch einer. Jetzt benutze ich jetzt MG42. Hey, danke. Oh, der hat es gehört. Na, was geht ab? Ach, ist ja scheiss. Das geht schneller bevor er mich sieht. Oh, kein Versuchermunition. Da muss ich wo schleichen. Hey, was läuft ab? Welche Waffe soll ich nehmen? Na, ich nehme das Drumgewirr mit Granate. Gut. Let's go. Hey. Na, was gibt's Kollegen? Das hat nicht geklappt. Minen sprengen. Ups. Boah, das darf niemand mehr Minen zerstören. Ich schleiche mal rum. Das hat ja super geklappt. Ah, das nützt alles nichts. Ehh, danke. Ups. Ja, genau. Schmeissen und Granate. Ah. Ah. Ja, da bin ich nicht getroffen. So trifft man eh. Hey, du. Hey, danke, dass du die Munition für mich zerstört hast. Hey, daneben. Ein zweiter muss irgendwo sein. Ah, da ist noch einer. Und hier drin ist die Munition und Gesundheit. Nix da. Aua. Ich verwundle mich schnell. So. Und hier noch zwei vorne. Und da vorne sind noch vier, die... Ich werde mal anstreichen. So sehen die mich nicht. Haha. Und da vorne sind noch vier, die... Ah, ich benutze das NMG 240. So, das war's. Wenn ihr mehr Level sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich könnte auch von Mission 1 bis 5 machen. Mir schreiben. Also dann, ciao. Bis zum nächsten Game Video. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.